So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße euch alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Montag, den 28. Juni 2021 gemeinsam mit Markets. Sollen wir uns wieder einen Blick auf die Märkte gönnen, die Situation aktuell einschätzen. Der Bereich, den wir am Freitag im Morning Meeting herausgestellt hatten, 15.650, 670. Diese Region hat jetzt heute früh tatsächlich ihre Signifikanz unter Beweis gestellt. Gegen diesen Bereich sind wir verhältnismäßig hart abgeprallt und sehen jetzt einen Retest der 12.600er Regionen. Oder, um das Ganze mal in Summe jetzt zusammenzufassen, wir haben jetzt also tatsächlich summa summarum ein weiterhin zutiefst choppiges Bild, welches wir hier vorfinden. Ich muss übrigens ganz kurz mal hier einmal in die Chatbox schauen, mir fällt gerade auf. Ha, ja, das ist natürlich blöd. Moment, jetzt muss ich mal eben hier, muss ich mal eben hier, ähm, Moment, 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 Moment. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier tatsächlich den Link zum Morning Meeting einstellen. Na, wo ist er denn? Ich sehe mich gerade, ich habe nicht bei Twitter, habe ich das nämlich nicht geteilt. Und das ist jetzt gerade dahingehend ein bisschen ärgerlich, weil so einfach ist das nicht zu finden. Ich bin gleich sofort da. Ein Moment, jetzt muss ich mal eben hier gucken. Ach je, meine, ach je, meine, so, also auf jeden Fall einmal, ähm, so viel kann ich schon mal einleitend sagen. Weitere choppige Price Action, die wir eben im Hinblick hier auf, äh, den DAX zu sehen bekommen. Und, ähm, auch Gold, also, pff, es ist nicht so wirklich, ähm, wirklich erquickend, was uns da, was wir da jetzt gerade zu sehen kriegen. Morning Meeting jetzt live, einmal nur Fall. Ähm, wir sind heute früh, wir haben eine kurze Drift auf der Oberseite gesehen, wie wir es gleich charttechnisch einfangen werden. Äh, wir haben eine kurze Drift auf der, auf der Oberseite eben tatsächlich zu sehen bekommen, die uns allerdings eben, ähm, nicht über die 1800er Marke geführt hat. Wir sind jetzt wieder abgeprallt, wieder zurückgelaufen unter die 1780. Und so langsam aber sicher kommt so der Gedanke auf, ob da eventuell noch was auf der Unterseite eben tatsächlich kommt. Und, ähm, ja, also in diesem Zusammenhang, auch darauf werden wir jetzt gleich einen Blick werfen, bevor wir natürlich starten, also ganz offiziell starten. Zunächst der Blick hier auf den Risikohinweis. Der Handel mit Devisen und CFDs ist mit Risiken behaftet, ausgehend vom Umstand, dass es sich um komplexe Handelsinstrumente auf Margin handelt, die mit dem Risiko einhergehen, schnell Geld zu verlieren. Den vollständigen Risikohinweis, den findet ihr auf markets.com.de für alle Informationen, Fragen darüber hinausgehend zur Produktpalette von Markets gerne an Markets schicken, beziehungsweise an Elena ganz explizit dort schicken. Auch mich könnt ihr natürlich E-Mails schicken, wobei meine Expertise hauptsächlich eben die Betrachtung der Märkte eben betrifft sicherlich mit Fragen rund um die Märkte. Okay, und dann switchen wir hier einmal in die MarketsX-Plattform von Markets und da sehen wir auch schon entsprechend den DAX. Heute früh eben kurz mit diesem bullischen Spike hier auf der Oberseite, so, wo ich mir dachte, das könnte vielleicht die Invisalzündung wirklich für einen neuen Run auf neuer Allzeithoch sein. Der allerdings ausblieb, also das können wir hier erkennen, das war diese Region, die ich hier herausstellte, 650, 670 ungefähr dieser Bereich. Nachdem wir diese heftige, harte Reaktion gegen die 15.300er-Region gesehen haben, das ist jetzt eine Woche her, das war letzte Woche Montag, da gab es eine Gegenbewegung. Und gegen diesen Bereich um eben 15.650, 15.670 topten wir dann aus, drifteten zurück in Richtung der 15.500er-Region, das war schon bereits letzte Woche am Mittwoch der Fall. Wir haben dann nochmal eine Attacke gesehen am Donnerstag und dann sahen wir eben ein shoppiges Auspendeln seitwärts. Dann kommt jetzt heute früh eben dieser relativ starke bullische Drive hier kurz nach Kassereröffnung in den Markt, da gab es einen kleinen Flasch und naja, also wie gesagt, kurz unter die 15.6. Allerdings wurde der dann sehr, sehr zügig aggressiv zurückgekauft und dann prallen wir eben sehr heftig gegen diesen Bereich ab. Heftig deswegen, weil wir jetzt schon wieder rund eine halbe, dreiviertel Stunde später im Bereich der Tagestiefs eben handeln. Das hört sich einerseits spektakulär an, andererseits ist es allerdings auch so, so wirklich neue Informationen haben wir jetzt nicht gewinnen können durch diesen Kursverlauf hier. Wir sind weiterhin Range gebunden, wir können das hier auf der Stunde sehr, sehr deutlich sehen. Wir wissen nicht so wirklich, soll es aufwärts gehen, soll es abwärts gehen, eben tatsächlich. In diesem Zusammenhang, wie gesagt, wir stehen weiterhin vor der Frage, hält die 15.55 nach unten? Solange das der Fall ist, sollte früher oder später dann auch ganz besonders die 15.650, 16.70 gebrochen werden, dann ist ein Lauf in Richtung Allzeithochs bis 15.800 Punkte sehr wahrscheinlich. Sollten wir unter diese grün gestrichelte Linie, also unter die 15.500 rutschen, diesen Bereich hier, dann ist zunächst einmal das Vorwochentief um 15.300 Punkte im Mittelpunkt des Geschehens und dann die 15.000 Regionen, darunter wäre dann sogar ein Fall unter die 15, 1 zu kalkulieren. Davon sind wir aber noch sehr, sehr weit entfernt aktuell. Potenzial kann es auch so sein, durch den Umstand, dass wir jetzt die letzten zwei Handelstage oder vor den letzten zwei Handelstagen, also exklusive heute eigentlich drei Handelstage des zweiten Quartals stehen, dass es eventuell recht ruhig bleibt. Das Einzige, was vielleicht hier ein bisschen Volatilität begünstigen könnte, wäre eventuell eine einsetzende Rotation noch einmal. Ich will das allerdings nicht überinterpretieren, ich sagte ja, im Vergleich zu Growth ist Value im ersten Halbjahr 2021 sehr stark gelaufen und jetzt ist es eben so, dass es sein könnte, dass wir mit Ausblick auf einen expansiven geldpolitischen Kurs der FED, an dem sich nichts ändern wird, man hat versucht ja hawkischer zu klingen am 16.06, das war jetzt Mittwoch diese Woche vor zwei Wochen wiederum, man hat versucht eben hawkischer zu klingen. Man hatte hier in Aussicht gestellt, dass es dann bis Ende 2023, Ende 2023, Zweizinsanhebung geben soll, in Höhe von 25 Basispunkten jeweils und dann in diesem Kontext dann eben entsprechend denkbar ist, denkbar wird, dass wir eben hier eine, ja, eine, 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 eine Taper, Taper Talk in irgendeiner Form eben zu hören bekommen. Ja, das, wie gesagt, ich hatte schon gesagt, das ist ganz interessant, weil eigentlich ist mit keiner Silbe eine Rückführung der Anleiheraufkäufe, also Taper im Englischsprachigen thematisiert worden und das ist eben dann ein deutliches Signal, dass man auch nicht vorhat, in irgendeiner Form hier vom geldpolitischen Kurs in irgendeiner Weise eben tatsächlich abzuweichen. So, und das sorgt eben dafür, dass eben jetzt hier sich mehr und mehr herauskristallisiert, dass eventuell auch der Growth-Bereich weiter oder erneut, wie gesagt, nochmal attraktiv wird. Growth ist sehr, sehr stark gelaufen, schon im ersten Halbjahr, das steht außer Frage. Dazu lohnt in dem Kontext natürlich einen Blick hier einmal auf den Nasdaq, neuer Allzeithoß markiert. Demnach, also da käme, glaube ich, keiner so wirklich auf die Idee, in irgendeiner Form von, von, von Schwäche zu sprechen. Aber diese Bewegung, die könnte sich durchaus nochmal etwas beschleunigen, tatsächlich durch eben eine entsprechende stärkere Fokussierung dann von Fundmanagern eben auf den Tech-Bereich. Das, was ich allerdings in dem Zusammenhang interessant finde und das, was ich jetzt gerade skizziert habe, könnte dazu beitragen, dass der DAX eventuell eher den bierischen Lauf einschlägt. Ich habe es zwar noch nicht vorbereitet, aber werde es jetzt tun. Ich gucke mal kurz hier. Was wollen Sie mich angucken? Das ist das Kürzeste, da könnt ihr euch auch um einen Tipp in der MarketsX-Plattform, IWM. Das ist das Ticker-Symbol. Und wir gucken uns hier den Russell 2000 an. Das ist der, im Grunde genommen eine Kombination aus MDAX und SDAX mit und Small Caps aus den USA. Und hier ganz besonders der Fokus eben auf den Value-Bereich. Und warum gucken wir uns den an? Weil tatsächlich sich bei dem eine, also beziehungsweise wir gucken uns hier den ETF da drauf an. Also das heißt, das ist der iShares ETF, weil sich hier eine sehr bolische Konstellation herauskristallisiert. Das ist der Abverkauf, der uns hier durch Corona begleitet hat. Seitdem ein sehr, sehr starker Aufwärtstrend. Da kann man auch sehen, also wie stark outperformed sich Growth wirklich präsentiert haben muss. Wenn selbst im Value-Bereich sich eine derartige Rallye hier von mehr als 100% anschließt. Und jetzt sehen wir auch genau, worauf ich hinaus will. Wenn wir nämlich diese Range mal hier betrachten, dann wird offenbar, wir können auch die Range ein bisschen breiter machen, dass wir uns in den Bereich der oberen Range-Begrenzung bewegen. Und dass es hier zu einem potenziell sehr, sehr bullischen Breakout über kurz oder lang kommen könnte. Eben im IWM, also hier im Russell 2000 iShares ETF, beziehungsweise das gleiche gilt natürlich auch für den Russell 2000 als Index. Aber wir fokussieren uns also jetzt hier mal auf den ETF. Wir gucken ja auch auf den Spider oder auf die Qs im Zusammenhang eben mit Equities generell. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Der Value-Bereich oder beziehungsweise der Mid- und Small-Cap-Bereich, der steht potenziell vor einem stark bullischen Breakout auf der Oberseite. Der natürlich dann auch potenziell bullisch auf zu positiv korrelierte Aktienindizes, wie beispielsweise den DAX eben entsprechend sich präsentieren könnte. Also, sprich, anders formuliert, hier dieser bevorstehende bullische Breakout, der sich hier abzeichnen könnte, der wird auch am DAX dann in diesem Zusammenhang nicht spurlos vorbeigehen, in Anführungsstrichen, und macht auch hier oder begünstigt eher tatsächlich die Long-Seite. Und das ist etwas, was eben mir sehr schwer fallen lässt, in der Tat eben für den DAX in irgendeiner Form ein bierisches Bild zu skizzieren, selbst wenn sich jetzt hier der Handel nicht ganz so vielversprechend präsentiert. Es lässt sich aus dieser Stärke, die dort sich abzeichnet, im Russell oder wie gesagt auch im Nasdaq beispielsweise, es lässt sich hier mit Sicherheit erkennen, dass wir eine, ja wie soll ich sagen, eine relative Schwäche im DAX auf jeden Fall vorfinden, und die sollte nicht unbeachtet bleiben. Also, sprich, anders formuliert, ich würde es mir aktuell wirklich gut überlegen, ob ich im europäischen Aktienbereich mich wirklich positionieren wollte, vor dem Hintergrund der sich auch abzeichnenden Unsicherheiten, auch aus politischer Perspektive, wie gesagt, im Hinblick auf die anstehende Bundestagswahl, jetzt hier in Deutschland, größte Volkswirtschaft Europas, die Unsicherheit, die vielleicht auch da sich in irgendeiner Form abzeichnet, Stichwort Eurokritik, die vielleicht durch einen Wahlerfolg von Marine Le Pen in Frankreich mit dem Front National vielleicht sich im nächsten Jahr abzeichnet. Das ist alles eine Konstellation, die erstmal rein politisch nicht wirklich vielversprechend ist. Das sollte man nicht überbewerten, weil politische Börsen gemeinhin sowieso kurze Beine haben. Aber im Hinblick eben auch auf die Folgen der Corona-Pandemie, auf diese Lethargie, auf das verspielte Vertrauen im Zusammenhang mit dem Corona-Krisenmanagement und dergleichen, all das sind Kombinationen, die eben, also Lethargie im Hinblick auf Hilfsprogramme, beispielsweise wenn man sich jetzt zum Beispiel die Infrastrukturprogramme seitens der Biden-Administration in den USA betrachtet und dergleichen, all das sind potenzielle Mitgründe, meiner Einschätzung nach, die eine Underperformance im DAX rechtfertigen und weswegen ich dann in diesem Zusammenhang dennoch recht skeptisch bin, ob der DAX wirklich dieses politische Outperformance-Potenzial hat. Aber zumindestens mal, ich sag mal, die Downside scheint limitiert. Also das heißt, ein stärkeres Korrekturpotenzial, ausgehend von diesen Vorgaben vom US-Markt, ist zunächst einmal nicht unbedingt zu erwarten. Und das unterstreicht auch tatsächlich die Statistik. Ich habe heute früh hier eine Grafik, die ist mir über die Timeline gelaufen, von Ryan Detrick, den habe ich ja schon häufiger mal hier im Morning-Meeting, diversen Morning-Meetings, schon immer wieder in der Vergangenheit eigentlich zum Thema gemacht, im Hinblick auf Statistiken. Und was der hier macht, ist natürlich nach dieser sehr, sehr starken Performance, die der uns der S&P jetzt in den ersten sechs Monaten präsentiert hat, also wir liegen tatsächlich hier to date aktuell in den ersten sechs Monaten 14% vorne fürs Jahr. Was der macht, ist, der sagt einfach mal, gucken wir uns doch mal an, was der S&P in der Vergangenheit gemacht hat, wenn es mal zu seinem starken Lauf in den ersten sechs Monaten des Jahres kam, zurückgehend bis ins Jahr 1950. Also wir gucken uns hier über 70 Jahre im Grunde genommen an. Und dann kommt er zu dem Schluss, dass tatsächlich es in 75% der Fälle hier, also es gibt rote Ausreicher, 75, 83, 86 und 1987. Aber nichtsdestotrotz in 75% der Fälle, wenn das aufgetreten ist, was jetzt nicht immer der Fall war, aber es gab schon durchaus vergleichbare Jahre in der Vergangenheit, dann haben wir auch in der zweiten Jahreshälfte eine wirklich, wirklich starke Rallye zu sehen bekommen. Im Falle von 1987 müssen wir sagen, da hatten wir sogar noch mal eine deutliche Outperformance, 25%. Das war ein Roaring Bull Market. Wir hatten auch 1975 einen riesengroßen Run auf der Oberseite mit 38,8%. Da möchte man auch sagen, naja, da schreit es schon regelrecht. 83% waren es auch 19,5%. Also wir haben tatsächlich noch mal hier deutlich bullischer eben tatsächlich in den ersten sechs Monaten performt, als wir es eben aktuell tun. Und wir haben im Schnitt dann tatsächlich durchschnittlich haben wir 7,1% in der zweiten Jahreshälfte noch mal draufgelegt, eben tatsächlich bullisch performt. Und hier in dem Zusammenhang der Median, der lag bei 9,7%. Also das heißt, Range 7 bis 10% bullische Performance in der zweiten Jahreshälfte. Rein statistisch betrachtet scheint da durchaus legitim zu sein. Also da gibt es nicht nur die charttechnische Konstellation und jetzt auch dann entsprechend der geldpolitische und vielleicht dann auch der fiskalpolitische Stimulus beziehungsweise Support, der uns dort ins Haus steht, sondern eben auch das technische Bild, also technisch, fundamental und auch statistisch, sieht es einfach alles in allem günstig aus. Ja, muss man ganz klar sagen. Also die Short-Seite, da sollte man sehr, sehr vorsichtig mit sein. Nichtsdestotrotz, das bezieht sich hier primär auf den US-Markt, was ich jetzt hier gerade präsentiert habe. Der DAX unterm Strich eben eher underperformed unterwegs, aber nichtsdestotrotz wird natürlich eine bullische Vorgabe vom US-Equity-Bereich oder im US-Equity-Bereich dann auch entsprechend eher positive Auswirkungen auf den DAX eben tatsächlich in dieser Konstellation haben. Und ja, das wäre es also tatsächlich im Hinblick auf die längerfristige Einschätzung da für die Equity-Märkte eben tatsächlich schon gegeben gewesen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, im Zusammenhang mit dem DAX jetzt. Übergeordnet sollten wir eher den Ausbruch aus dieser Range auf der Oberseite erwarten. Das heißt also, auch wenn wir uns aktuell hier neutral, choppy, seitwärts präsentieren, eher der Break auf der Oberseite mit neuen Allzeithochs und Bruch in Richtung dann, oder mit Ziel auf der Oberseite in Richtung der 16.000er-Region. Das jetzt in den Quartalschloss stattfindet, abzuwarten, aber solange es ruhig bleibt am Markt, ist da eher durchaus die Long-Seite zu favorisieren. Intraday allerdings, naja. Also, ich hätte gerne gesehen, dass wir mindestens den EMA 50 hier halten, nach dem Ausbruch aus der Open Range auf der Oberseite. Das hat nicht stattgefunden. Das ist jetzt eher ein Ungünstigkeit begünstigendes, oder einen ungünstigen Kursverlauf begünstigender Kursverlauf, den der DAX jetzt hier hingelegt hat. Also, er zeigt an der Stelle eben, dass er diese Aufschläge initial nicht halten kann. Wir handeln jetzt unterhalb des EMA 50. Wir könnten jetzt aus rein technischer Perspektive sogar ein Short-Bild skizzieren. Ich bin nicht so sicher, ob ich wirklich, wie gesagt, im aktuellen Umfeld die Short-Seite handeln wollen würde. Sollte Druck aufkommen, sollten wir aus der Open Range jetzt mit neuen Tagestiefs eben aufwarten und sollten wir in diesem Zusammenhang also unterhalb der Open Range dann hier unterhalb von 15.570 Punkten stabilisieren, über längeres Zeitfenster, vielleicht eine enge Konsolidierung, vielleicht sehen von, weiß ich nicht, 20, 25, 30 Minuten vielleicht, sechs, fünf, sechs, fünf Minuten Kerzen, könnte man die Short-Seite vielleicht in Betracht ziehen, sofern man mit einem engen Stop, also ausgegeben von einer engen Konsolidierung, ist das wahrscheinlich, aber dann auch noch ein günstiges CRV hat, mit Ziel eben der 15.500er-Region, vielleicht einen kurzen Flasch da drunter, sollte wirklich doch überraschenderweise jetzt in den Quartalschluss hinein, Abgabedruck aufkommen. Aber nochmal, ich zeichne das mal ganz kurz ein, das hört sich vielleicht nochmal ein bisschen besser an, sieht vielleicht nochmal ein bisschen eindrucksvoller aus oder beziehungsweise lässt sich noch ein bisschen besser vorstellen, sollte sich das jetzt so darstellen. Also das heißt so und dann eventuell der Flashdown, dann würde ich hier mit einem Stop oberhalb dieser Konsolidierung eben entsprechend mich positionieren, das wäre mein Risiko, das wäre mein R, irgendwas im Bereich wahrscheinlich um die, ja, entspricht 20, 25, machen wir mal, Punkten wahrscheinlich. Und dann hängt es allerdings davon ab, wie tief so ein Flash auf der Unterseite eben stattfindet, weil du gehst auf der Unterseite auf einen Zielbereich 15,480, ich mache das mal ein bisschen länger, 15,480 Max, schreibe ich auch mal dahinter, also das ist schon sehr, sehr optimistisch kalkuliert, das bedeutet also, wenn dein Entry hier in diesem Bereich, sagen wir mal auf der 15,550 liegt beispielsweise, hast du hier eine 70-Punkt-Chance, kriegst also ein CRV größer 2,1, das ist allerdings, wie gesagt, das optimalste Szenario, ob sich das dann überhaupt so herauskristallisiert, das ist erstmal abzubarten, das bleibt abzubarten, also anders formuliert, ich glaube im Hinblick auf den DAX, da wird nicht viel Freude aufkommen aktuell, tradingtechnisch eben, ja, das wäre es tatsächlich für den deutschen Altenex auch schon gewesen, mehr habe ich da tatsächlich nicht zu sagen. IWM hatten wir, blicken wir mal kurz hier einmal auf den S&P, da kommt nämlich jetzt ein bisschen die Frage auf, ich habe zwar insgesamt ein bullisches Bild skizziert, aber kurzfristig jetzt eher vielleicht die Short-Seite, ausgehend vom Kursverlauf, der sieht nach oben verhältnismäßig stark überdehnt aus, was uns der S&P hier präsentiert, wir haben auch im Hinblick auf die Volatilität wieder Niveaus jetzt angelaufen, wo wir fast schon von potenziellen Sentiment-Extremen vielleicht an der einen oder anderen Stelle sprechen, also Sentiment-Extreme sind anders, Jahrestief, so würde ich es mal eher formulieren, eventuell steht auch hier über kurz oder lang durch den, also mit Ausblick auf den sehr stark überdehnten Modus, wenn wir uns jetzt hier zum Beispiel den RSI betrachten, auf Stundenbasis, da diesen sehr, sehr starken Run, den die letzte Woche gezeigt hat, nach diesem kurzen Flashout auf der Unterseite, da sind wir sehr, sehr stark überdehnt eben auf der Unterseite, verhältnismäßig stark eben hier auch offensichtlich überkauft, jetzt aus dieser Perspektive betrachtet, könnte also durchaus sein, dass uns da kurzzeitig jedenfalls ein kurzer Pull-in anstehen dürfte, der uns vielleicht mal, dann wird es schon heftig, ein Prozent korrigieren lässt, also sprich etwas anders formuliert, wir handeln hier bei 4.283 Punkten, wenn wir eine Korrektur sehen, in dem Bereich ehemaliger Hochs, so im Bereich irgendwo zwischen 4.250, bis 4.260, das sind also ausgehend von den aktuellen Kursniveaus irgendwo zwischen 20 bis 30 Punkten Korrektur, was eben bei einem Indexstand von über 4.000 Punkten tatsächlich weniger als 1% ist, ich glaube, das wäre schon das höchste der Gefühle aktuell im derzeitigen Umfeld, dass wir vielleicht hier in diese Gefilde eben eine Korrekturbewegung sehen, ich zeichne das mal kurz ein, also diese Region hier vielleicht anlaufen könnten, das könnte dann durch die relative Schwäche, die der DAX eben derzeit zeigt, könnte da vielleicht diese ernsthaftere, Attacke auf die 15.500 eben auf den Weg bringen, aber wie gesagt, also Volatilitätstechnisch sind wir derzeit nicht wirklich vom Glück geküsst, das ist wirklich, wirklich durchwachsen, was wir hier derzeit zu sehen bekommen. Ausgehend hiervon ganz besonders Short-Engagements mit Vorsicht zu betrachten, Chancersisikoverhältnis-Technisch, ist die Short-Seite nicht wirklich attraktiv und ja, die Long-Seite, wir scheinen ein wenig über denen zu sein, ist allerdings eher zu favorisieren, sollte man sich in irgendeiner Form eben tatsächlich Trading-Technisch wiederfinden. Grundsätzlich scheint vielleicht nicht die schlechteste Idee, die sich von diesem Marketplace auch, also vielleicht, ich mache es mal so, können wir Trading-Technisch oder beziehungsweise auch aus einer edukativer Perspektive vielleicht was mit einfließen lassen. Die Frage, die jetzt aufkommt, ist, gibt es ein Volatilitätslevel, an dem wir uns orientieren könnten, also wann die sogenannte Marketplace, also wir schauen ja hier auf den übergeordneten Markt, wir gucken uns ja den S&P an, wir gucken uns den Nasdaq an, wir gucken uns den DAX an beispielsweise. Wir haben im Hinblick ja auch jetzt Einzeltitel, habe ich ja schon häufiger solche Checklisten zum Thema gemacht, welche Kernzahlen dort in diesem Zusammenhang eben relevant sind, wann ist ein Titel heiß, wann macht es Sinn, sich den anzuschauen, wann ist wahrscheinlich, dass da Bewegung drin ist, was braucht es als Trigger, beispielsweise eben eine News, eine Earnings Release beispielsweise, wenn ein Zeltitel jetzt im Hinblick auf Tesla, werden wir gleich einen Blick drauf werfen, haben wir jetzt am Ende der Woche oder kommende Woche, ich bin mir nicht ganz sicher, es ist auf jeden Fall die erste Juli-Woche, haben wir sogenannte Delivery Numbers, das war ja durchaus auch ein Event, was hier Anfang April ein Thema war, jetzt kommen die Quartalszahlen, Deliveries Q2, vor den Earnings werden die veröffentlicht, es könnte vielleicht schon mal so eine Idee geben, in welche Richtung es dort auch geht, dann mit den Earnings tatsächlich ein sehr starker, bullischer Breakout gewesen, also die Aktie ist potenziell heiß, das ist ein Trigger-Event, unabhängig jetzt davon, könnte man auch zum Beispiel auf sogenannte Meme-Stocks gucken und dann sozusagen, dass das relativ gehandelte Volumen hier in diesem Kontext eben tatsächlich heranziehen und ausgehend hiervon dann entsprechende stärkere Bewegungen eben erwarten, schauen wir zum Beispiel mal auf Space, Virgin Galactic hat letzte Woche Freitag mega Lauf auf der Oberseite gesehen, noch selbst der Pull-In, der war verhältnismäßig groß, aber in Relation zu dem vorigen Up-Move war der relativ klein, Virgin Galactic ist übrigens in dem Zusammenhang zu nennen, das ist Weltraumtourismus und die haben eben jetzt dort eine Lizenz von der FAA wohl bekommen, die in diesem Zusammenhang eben diesen Weltraumtourismus weiter vorantreiben lässt und die haben einen sehr, sehr starken Lauf schon gesehen seit Mitte, Ende Mai und dann haben das jetzt nochmal beschleunigt auf der Oberseite. Also das sind Titel, die sind heiß durch das Volumen, da ist Interesse drin, das bewegt sich und dass diese, wie soll man das nennen, diese heißen Titel zu finden beziehungsweise diese Rosinen aus diesem Wust an verfügbaren Märkten eben herauszupicken und die dann eben tatsächlich tradingtechnisch attraktiv sind, geht das auch im Hinblick auf sogenannte Marketplace, also übergeordnet. Haben wir da eine Möglichkeit mit einer Kennzahl? Ich meine klar, man kann hingucken, aber dass Volatilität da ist, die wir als Trader eben so brauchen, ich würde sagen, dass da die Schwelle wirklich 20 Punkte im Wix ist. Also das spricht etwas anders formuliert, der Volatilitätsindex auf den S&P 500 Wix, der handelt aktuell deutlich unterhalb von 20 Punkten und deswegen sind Marketplace nicht wirklich interessant. Sobald diese Schwelle von 20 Punkten überwunden wird, lohnt auf jeden Fall ein tieferer Blick auf diesen Markt und dann ist auch eine entsprechende Musik drin, sodass das eben tradingtechnisch auch sicherlich sich attraktiv darstellt. Also das vielleicht mal so als Orientierung in diesem Zusammenhang. Wir blicken mal ganz kurz jetzt einmal hier auf Tesla. Ich gucke mal kurz auch in die Chatbox, ob es Fragen aufgekommen sind. Also es sollten Fragen sein. Stellt diese bitte gerne. Stellt die gerne in die Chatbox. Tesla hatten wir letzte Woche einmal zum Thema gemacht. Da war dieser bullische Breakout hier über oder aus diesem Dreieck. Das war ja etwas, was auch dann hier am Donnerstag von hohem Interesse, glaube ich, gewesen sein dürfte, wo man hat diesen Second Day Play vielleicht ins Spiel bringen können. Jetzt gab es aber noch eine ganz andere Konstellation, die mir dann übers Wochenende klar wurde. Also wir sind hier schon in diese Zielregion vorgestoßen. und ich mache mal kurz Folgendes. Ich hoffe jetzt, dass das nicht zu überladen ist. Aber wir können hier deutlich schon erkennen, dass diese Abwärtsstruktur sehr stark gebrochen wurde, also sehr dynamisch gebrochen wurde. Ich mache mal ganz kurz das vielleicht so. Kann man das erkennen? Ja, ich hoffe mal, dass man das erkennen kann. Also, dieser Bruch aus dieser fallenden Dreieckstruktur, also nicht das blaue, sondern jetzt das grünfarbene hier mit diesem potenziellen Doppelboden und dann hier diese magentafarbene Abwärtstrendlinie, auch die ist letzte Woche sehr deutlich gebrochen worden. Und das ist ein ganz interessanter Break, weil das ist nicht nur rein technisch interessant, sondern es ist eben auch so, dass wir jetzt diese Delivery-Numbers eben haben, wo natürlich ein bisschen die Frage aufkommt, Stichwort auch Semiconductor-Shortage zum Beispiel, also Halbleiter-Lieferengpässe, die ja da auch ein Thema schon gewesen sind. Ich muss mal kurz hier gucken. Wo ist denn der Chart hin? Hallo? Vielleicht ist er nicht. Okay, das ist auch jetzt nicht so dramatisch, ehrlich gesagt. Ich bin nur ein bisschen überrascht. Da ist er. So. Also, da haben wir dann nach diesem sehr, sehr starken Drive, haben wir eben jetzt schon begonnen, so eine leichte Konsolidierung über die letzten Tage hinzulegen. Eine leichte Abwärtstendenz. Es ist wirklich nicht der heißeste Titel insgesamt. Also, wie gesagt, da gibt es andere Kandidaten, die gerade spannender sind, finde ich. Also, ich meine, wir hatten jetzt erst am Mittwoch einen potenziellen Drive, den wir hier im Sprechen schreien, beziehungsweise gar nicht mal am Mittwoch war es, Verzeihung. Also, erst mal der Break am Mittwoch, aber dann auch am Donnerstag. Aber nichtsdestotrotz, das ist eben so, wir haben jetzt natürlich hier die Frage, ist das nicht ein bisschen heiß gelaufen auf der Oberseite? Und welche Level sind denn eventuell interessant? Sollten jetzt diese Delivery Numbers eventuell schon einen Vorgeschmack geben, dass Tesla wieder deutlicheres, deutlich heißeren Charakter einnimmt und eventuell dieser Growth-Gedanke sich beginnt eben stärker zu manifestieren. Also, das sollte man im Hinterkopf behalten. Diese Delivery Numbers, die werden jetzt in den Quartalschluss, spielen die keine Rolle, die kommen erst zu Beginn des nächsten Monats, fängt aber an, dann also folglich ab Donnerstag, Freitag ein Thema zu werden, beziehungsweise in der kommenden Woche. Wir müssen mal warten. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die am Freitag veröffentlicht werden. Ich habe da jetzt tatsächlich keine konkrete Zahlen, ich müsste das erst mal anschauen. Aber sollten diese Zahlen eventuell die Markt der Erwartung jetzt erfüllen, oder beziehungsweise vielleicht leicht unter der Erwartung bleiben, wie gesagt, Semiconductor-Shortage und dergleichen, dann gibt es vielleicht eventuell einen kurzen Pull-In, der uns zurückführt, hier in Richtung dieser Ausbruch-Region. Das ist so der Bereich um 630 Dollar. Aber ich glaube, ganz grob könnte man festhalten, dass man sagt, solange wir über 600 Dollar handeln, ist das eigentlich weiter ein eher bullisches Umfeld und Tesla hat eine realistische Chance, besonders wenn dann gute Earnings auch kommen. Und wir wissen, die Nachfrage nach Tesla ist aktuell, also nach Electric Vehicles, ist verhältnismäßig stark. Die haben eine Auslastung, beziehungsweise nicht nur Auslastung, sondern beziehungsweise die haben einen Lieferengpass, wie heißt denn das? Eine Nachfrage, die im Grunde genommen es hier sagen lässt, dass bis September, glaube ich, September, Oktober diesen Jahres eben tatsächlich man keine Teslas mehr liefen kann, weil die Nachfrage so hoch ist. Wenn das zu einem entsprechenden Optimismus führt, der hier dann nochmal den Growth Aspekt deutlicher performen lässt, vielleicht auch, weil man diese anziehenden Inflationssorgen so ein bisschen hinten anstehen sieht, man sieht grundsätzlich im Growth-Bereich einige sehr, sehr bullische Konstellationen, die sich herauskristallisieren, auch Roku zum Beispiel, könnte da von Interesse sein, dann ist das durchaus etwas, was eben dazu führen könnte, dass wir in Tesla über kurz oder lang wieder deutlich tief über die 700er Marke laufen. Und wie gesagt, sollten wir jetzt hier nach diesem bullischen Drive, der eben schon vieles vielleicht eingepreist hat im Hinblick auf positive Zahlen oder Delivery Numbers und Optimismus, den das schürt, sollte das eben hier zum Erliegen kommen und es zu einem Pull-In kommen, sollte man sich diese Region um 630 eventuell anschauen. Das könnte durchaus interessant sein, dann in Erwartung einer zeitnahen Attacke und eines tiefen Laufs zurück über die 700er Marke hier das entsprechend zu traden. Wenn man es längerfristig plant zu traden, auch kurzfristig, ist dann bei solch einem Pull-In und einer entsprechenden Stabilisierung gegen diesen Bereich eben durchaus eventuell auch aus der Swing-Trading technischen Perspektive es ganz interessant eben Tesla hier von der Longseite eben tatsächlich zu handeln. Vielleicht auch in Erwartung eines starken Earnings-Releases trotz dieser Schwierigkeiten im Hinblick auf eben die Halbleiter-Shortage, die wir dort eben kommuniziert gesehen haben, schon seit Anfang Januar, glaube ich. Ich glaube seit Jahresbeginn im Wunde genommen. Und ja, also das ist noch ein bisschen was für die Einzeltitel-Fraktion, nachdem eben wie gesagt im Hinblick auf die auf die auf den Markt, Marketplace eben durch den Drop im Wix unter die 20er-Marke, das eventuell nicht ganz so von Interesse eben tatsächlich ist. So, das also zu Tesla. Werfen wir einen Blick mal auf den Devisen-Bereich. So, einen Augenblick. Einen kurzen Augenblick mal hier. Wir blicken auf vom Euro-Esterler. Das ist jetzt nicht super spektakulär, aber ich habe hier noch eine andere Grafik vorbereitet im Hinblick auf die aktuelle Entwicklung Performance, die uns der US-Dollar präsentiert. Und zwar hier Viraj Patel. Ich hoffe, dass ich den Namen richtig ausgesprochen habe. Einige sehr, sehr tolle Betrachtungen im Hinblick auf die Entwicklung am Devisenmarkt insgesamt. Und was der hier macht, ist, der schaut sich eigentlich klassisch den Commitment of Traders Report hier in diesem Zusammenhang an und stellt hier etwas ganz Interessantes heraus. Nämlich, du hast in diesem Kontext natürlich die Frage, aktuell, das was jetzt hier seitens der FED kommuniziert worden ist vor zwei Wochen, wie stark ist das eigentlich eingepreist, dass der Markt eventuell eine zu doffische Haltung seitens der FED gespielt hat, eine eventuell zu bärische Einschätzung im Hinblick auf US-Zinsen gespielt hat. Und man musste das natürlich jetzt erstmal ein bisschen ins Land ziehen lassen. Diese Zahlen hier zum Commitment of Traders Report, da haben wir ja immer nur wöchentlich neue Zahlen, aber diese Zahlen tropfen jetzt so langsam rein und jetzt kriegen wir ein etwas besseres Bild davon, dass der US-Dollar in Summe tatsächlich noch netto short gehandelt wird. Also sprich, etwas anders formuliert, wir haben hier besonders im Hinblick auf Leverage Funds zum Beispiel, also das heißt auf Vermögensverwalter, die eben im gehebelten Segment aktiv sind am Bevisenmarkt, haben wir eine immer noch verhältnismäßig klar bärische US-Dollar Einschätzung. Also der Markt, der in Anführungsstrichen unterpreist aktuell sehr deutlich hier einen restriktiveren geldpolitischen Kurs seitens der FED. Wie gesagt, ich finde das nicht so restriktiv, wenn wir jetzt in zweieinhalb Jahren mit maximal 50 Basispunkten Zinsanhebung rechnen sollten, aber nichtsdestotrotz ist der Markt natürlich sehr, sehr doppisch, ausgehend von der jüngsten Geldpolitik, den Entwicklungen, der Unsicherheit, Corona und dergleichen, ist er natürlich sehr, sehr stark bärisch und jegliche Tendenz, die nur eine marginale Zinsanhebung beinhaltet oder einen restriktiveren geldpolitischen Kurs, ist natürlich schon etwas, was man als in Anführungsstrichen fast outstanding bezeichnen könnte, also wirklich herausragend und könnte dann entsprechend eben zumindest kurzfristig für verstärkte Volatilität eben tatsächlich sorgen. Nicht, dass da jetzt ein global, stark global makroökonomischer Trend sich etabliert, aber es ist zumindest etwas, denke ich, was man im Hinterkopf halten sollte. Und was er eben hier herausstellt bei dieser Grafik ist, dass wir uns eben tatsächlich bei diesem Unwind, dieses US-Dollar Short-Trades noch in der frühen Phase eben befinden. Also sprich, dass wir hier in diesem Zusammenhang einfach mal derzeit zwar Zuflüsse für den US-Dollar sehen, die sich ja dann auch widerspiegeln, wenn wir beispielsweise uns den Euro-US-Dollar anschauen und dann hier diesen Push unter die 1,20er-Marke, aber dass das tatsächlich der Beginn sein könnte erst und dass da noch wesentlich mehr Kapital in den US-Dollar zurückfließt, was übrigens dann auch in diesem Zusammenhang natürlich von Interesse ist, wenn wir uns überlegen, um US-Aktien zu kaufen, brauchst du US-Dollar und nicht Euro. Wenn du diese relative Performance, relative Schwäche, die der DAX aktuell dort hinlegt, dir näher betrachtest, naja, dann ist, wenn ich mich, also wenn mir jetzt jemand die Frage stellen würde, würdest du eher US-Aktien kaufen und sei es jetzt Value oder Growth oder würdest du in diesem Zusammenhang hier europäische Titel, deutsche Aktien beispielsweise, heranziehen? Ich würde ganz klar, also meiner Meinung nach, würde unweigerlich eben tatsächlich auf US-Titel fallen, wofür ich US-Dollar benötigte, also auch das könnte eben ein sich selbst näherender Prozess, können sich einen so selbst näherenden Prozess auf den Weg bringen, der eben die Nachfrage nach US-Dollar auch global relativ hoch hält und dazu dann beiträgt, dass der US-Dollar weitere Stärke sieht und dass wir eben hier auch ein ganz klares Signal eigentlich schon gesendet bekommen seitens des Marktes, dass es eben nicht gelingt, deutlicher zurück über die 1,20er-Marke zurückzulaufen und solange wir uns unterhalb des 1,20er-Levels eben tatsächlich bewegen, besteht eine realistische Chance, dass es immer zu einem sogenannten Rollover kommt, dass wir gegen diesen Bereich erneut abkippen und dass wir dann über kurz oder lang eben in Richtung des 1,17er-Regionen aufmachen und das ist durchaus auch etwas, was wie gesagt an dieser Grafik hier oder sich aus dieser Grafik ableiten lässt. Das führt uns übrigens tatsächlich zu etwas, was auch bei mir mehr und mehr beginnt jetzt eine Rolle zu spielen. Ich will die aktuelle Performance in Gold jetzt nicht überbewerten. Silber hält sich weiter oberhalb der 26er-Marke, aber das, was Gold hier hinlegt, das ist echt schwach. Also ich weiß nicht, das gefällt mir nicht. Ganz im Gegenteil, ich finde das sehr, sehr dünn, was Gold sich hier performance-technisch, wie Gold sich hier performance-technisch eben präsentiert. Sagst du nicht? Wollte ich eigentlich nur zusammenziehen. Jetzt mach schon. Okay, dann lassen wir es so. Es geht ja nicht kleiner zu ziehen. Okay, nicht schlimm. Also, wir sind mit Abschlägen in den asiatischen Handel gestartet. Wir haben diese Tiefs hier nochmal rausgenommen, marginal unterschritten, die sich in der vergangenen Woche herauskristallisiert hatten. Das waren so die Wochentiefs. Das sah erstmal nicht besonders vielversprechend aus. Haben uns dann aber rechtzügig eben zurückkämpfen können über dieses Vor-Wochen-Tief-Bereich. Sind dann zurückgelaufen. Das ist alles in allem. Man kennt es auch hier, wenn wir uns auf der übergeordneten Stunde betrachten. Das ist ein sehr, sehr choppiges Treiben weiterhin. Aber im Gesamtkontext eben eine bärische Konsolidierung. Das, was ich gerade im Hinblick auf den US-Dollar skizziert habe, hat sich jetzt schon deutlicher herauskristallisiert, als eventuell mehr und mehr eine Auswirkung haben. Also die negative Korrelation des US-Dollars spielt hier derzeit offensichtlich eine wesentlich größere Rolle als eben die Zinssensitivität von Gold und Edelmetallen generell. Im Gesamtumfeld macht diese bärische Performance des US-Dollars global marktökonomisch weiterhin meiner persönlichen Einschätzung nach keinen Sinn. Also wir sollten eigentlich hier einen deutlichen Push zurück über die 1800er-Marke zu sehen bekommen. Wir haben das versucht zu erklären und ich denke auch, dass es ein valider Gedankengang war, dass man sagt, wir haben hier ein hohes Interesse seitens des Optionsmarktes, Papiergold an der Stelle ganz besonders, aber auch Silber an der Stelle, eben Gold unter 1800 US-Dollar pro Fein und so zu halten. Stichwort Optionsverfall. Der ist in letzter Woche Donnerstag dann durch gewesen am 24. Und dadurch, dass wir dann diesen Deckel rausnehmen und das keine Rolle mehr spielt, diese Optionen eben wertlos verfallen sind, gibt es eigentlich keinen Grund, nicht davon auszugehen, dass wir zügig deutlich dynamisch zurück über die 1800er-Marke laufen. So weit, so gut. Einziges Problem ist nur, Gold kriegt es nicht hin. Gold läuft nicht über die 1800er-Marke. Also Gold hat hier massive Schwierigkeiten. Das könnte durchaus sein, dass sich das vielleicht zeitnah eben zeigt, aber derzeit, besonders auch wenn man sich diese aktuellen Entwicklungen im Hinblick auf den US-Dollar nochmal anschaut, muss einem eben auch klar sein, in dem Moment, wo eben der US-Dollar beginnt, jetzt eine Bullishness weiter zu zeigen, auf breiter Front im G10, G7-Währungsuniversum, ist es meiner Einschätzung nach realistisch tatsächlich, dass ein nächster Flush, den wir im Hinblick eben da auf den US-Dollar gesendet bekommen, dass dieser uns eben tatsächlich dann hier unter die 1760, 750er, 55er-Marke vielleicht führt und dass es sogar nochmal ein Retest eben dieser Tiefs hier aus dem März eben gibt, dieser Region um eben 1680, 1700 zu solch einem Test eben tatsächlich kommt. und das ist eben durchaus etwas, was in dieser Konstellation hier nicht unterschätzt werden sollte und was natürlich auch beginnt jetzt im Hinblick auf mein Positionsmanagement eben eine Rolle zu spielen. Ich sollte mir ernsthaft langsam die Frage stellen, wie lange ich das noch bereit bin, hinzunehmen, diese Performance. Ich könnte nach einem Make-or-Break-Ansatz gehen und könnte einfach sagen, 7,55, da habe ich meinen Stopp. Ich habe eine Long-Position, die halte ich, solange wir uns umhalb dieses Levels halten. Wenn wir da einen Break drunter zu sehen bekommen, dann soll es offensichtlich zunächst einmal in Anführungsstrichen nicht sein, beziehungsweise da sind dann dort potenzielle Kräfte am Werk, die einfach meine Long-Position nicht positiv performen lassen und dann muss ich mir einfach einen besseren Spot suchen, beziehungsweise bis sich dieser Abgabedruck eben beginnt, deutlicher zu legen. Aber das, was wir derzeit hier zu sehen bekommen, das ist einfach mal nicht wirklich vielversprechend. Bei aller Überzeugung, dass mein global makroökonomisch, mein fundamentales Bild steht und stimmt und dass ich hier eigentlich eine grundsätzlich richtige Einschätzung habe, aber das, was Gold hier hinlegt, das ist einfach mal relativ so schwach, auch jetzt im Anschluss an den durchlaufenden Verfall, dass das einfach mal nicht wirklich vielversprechend aussieht im Hinblick eben auf die Erwartungshaltung hier für die weiteren bullischen Vorgaben. Also, wenn wir jetzt nicht zügig über 1800 fallen, glaube ich, haben wir eine verhältnismäßig hohe Chance, dass es eben tatsächlich zu diesem Push auf der Unterseite kommt, der uns zügig eben in Richtung dann der 1700er-Regierung nochmal führen könnte und eventuell sogar deutlich tiefer darunter eben tatsächlich. Es käme überraschend, es wäre auch eventuell dann tatsächlich nicht sonderlich leicht, denn grundsätzlich bleibt es dabei, meiner Einschätzung nach, dass wir eine anziehende Inflationserwartung beziehungsweise eine anziehende Inflation auch weiter über den Sommer hinaus sehen dürften. Ich glaube, dass das eben entsprechende negative Realverzinsungen nach sich ziehen wird, die dann auch eine sehr stark bullische Outperformance von Edelmetall nach sich ziehen. Aber eventuell ist es aktuell einfach mal dann so, dass dann eben du ein relativ gutes Timing brauchst beziehungsweise zügig dann willens sein musst, aggressiv Gold zu kaufen, sollte sich ein solches potenzielles V herauskristallisieren. Nichtsdestotrotz zunächst einmal erst nochmal so ein Flush auf der Unterseite stattfinden. Also das tatsächlich ich will das mal ganz kurz vielleicht hier sehr, sehr konkret einzeichnen. Dass wir zunächst einen Push tief zu sehen bekommen, also wie gesagt 1680 vielleicht, 700 und das dann sich ausgehend hier von ein entsprechendes V so herauskristallisiert, was dann eben diese Performance oder diesen Kursverlauf nach sich zieht. Was natürlich extrem schwierig zu traden sein wird, weil du wirst eventuell eine solche mega aggressive Reaktion durch ein fundamentales Trigger-Event vielleicht wie Jackson Hole Ende August zu sehen bekommen. Was du natürlich irgendwie auf dem Schirm hast, aber nichtsdestotrotz, was dann in diesem Zusammenhang eben das schwer werden lässt, eben tatsächlich hier mit sauberen Kursleveln zu arbeiten, so möchte ich es mal nennen, sondern eher eben tatsächlich dann nach der Maßgabe funktionieren wird, dem Mutigen gehört die Welt und ich bin überhaupt dann auf diese jeweiligen News eben Market bereit, Gold an der Stelle eben tatsächlich zu kaufen und würde natürlich in Erwartung, dass es so ein solcher im Run kommt, nicht Lungen positionieren, was natürlich Chancenrisikoverhältnis kein Problem wäre, aber was erfordern würde, dass ich eben aktiv am Markt kleben würde und diese Performance eben in Betracht ziehe oder solch ein Verlauf eben tatsächlich in Betracht ziehe. Aber derzeit, wie gesagt, scheint es durchaus, dass hier Gold einfach mal schlichtweg relativ schwach ist, das sollte Berücksichtigung finden, der Markt gibt den den Takt vor, ändert nichts am grundsätzlich weiter fundamental gerechtfertigten Case für Gold, aber nichtsdestotrotz ist das eine Vorstellung, die einfach nicht wirklich dafür spricht, dass es hier zügig eben zu diesem Bullrun kommt. Sollten wir über die 1800 gehen, super, das wäre im Zusammenhang mit dem Plan ein positives Signal, aber bis jetzt macht Gold hier keinerlei Anstalten, dieses positive Signal zu senden. Im Hinblick auf Silber sieht es noch ein bisschen besser aus, in Anführungsstrichen, also da sieht es technisch eben dahingehend aus, dass wir uns immer noch oberhalb dieser Aufwärtstrendlinie eben hier konsolidieren zeigen, auch hier die Wohler gerade nicht wirklich jetzt überbordend, aber auch ein Abstoßen, deutliches, bullischeres Abstoßen gegen diese Aufwärtstrendlinie zeichnet sich derzeit nicht ab. Wie wäre es tatsächlich so, dass ich eine Rückeroberung der 27 sehen wollen würde, die als positives Signal gewertet wird oder würde, die müsste erst mal kommen, aber zunächst einmal ein Anstieg der Wohler, das wäre erst mal so eine erste Maßgabe eben tatsächlich, die zeigen würde, okay, wir wollen uns hier long positionieren, sollte das nicht stattfinden, sollten wir auch hier den Bruch tiefer zu sehen bekommen. 23, 80, 24 ist ein definitiv anzuwesendes Ziel, tiefer ist es dann sogar die 22er Region, die dann im Mittelpunkt des Geschehens eben im Rücken würde. So, das zu Edelmetallen und so, dann werfen wir hier noch einen kurzen Blick auf Bitcoin und Co. Bitcoin weiter mit einer recht starken Vorstellung, sieht danach aus, als wenn es wirklich eine sogenannte Bear Trap war, eine Bärenfalle, die hier zugeschnappt ist mit dem kurzen Flasch unter die 30.000er Mark, letzte Woche Dienstag. Eigentlich ein klar bärisches Signal, dass wir so stark zurückgelaufen sind, das hatten wir letzte Woche ja schon zum Thema gemacht, hier, ich will es mal ganz kurz zeigen, dort, und dann auch den entsprechenden Tagesschluss so stark eben hier zu sehen bekommen haben, das war schon ein sehr deutliches Signal und jetzt zeigt sich eben, wir knicken zwar noch mal ein, hier, das war letzte Woche, ich muss mal kurz gucken, war es Freitag, ja, ja, Freitag sind wir, haben wir noch mal stärkeren Abgabedruck gesehen, aber übers Wochenende gibt es diesen, diesen Snapback, also dieses deutliche, nochmalige Abstoßen und, ähm, jetzt laufen wir wieder in einen, in einen charttechnisch relevanten Bereich, der schon letzte Woche hier eine Rolle gespielt hat, obere Range Begrenzung, wo vielleicht auch über kurz oder lang bullischer Ausbruch eben dann stehen könnte, sollte es dann hier zu dem Break kommen, über die 35.000er Marke, dann wäre das meiner Einschätzung nach ein klares Signal, dass ein erster kurzfristiger Boden drin wäre, der würde auch weiteres Aufwärtspotenzial bis in den 40.000er Gefilde, 42.000er Regionen eben nach sich ziehen und, ähm, ja, tatsächlich bei einer Rückeroberung der, der 42.000er Regionen wären wir fast schon so ein bisschen off the races und, äh, könnten wahrscheinlich sogar dann damit rechnen, dass wir dann in Richtung der 50.000er Regionen laufen, dann würde sich auch hier deutlich ein Doppelboden eben herauskristallisieren, diese Region bleibt aber weiter, ähm, hochbrisant, also sollten wir die 30.000er Region eben nicht halten können, aus welchen Gründen auch immer, aber derzeit, also derzeit sieht es danach aus, dass wir diesen Bereich verteidigen können, ähm, dann wäre natürlich weiterhin der Laufrichtung 20.000 denkbar, aber nochmal, dieser kurze Fake-Out unter die 30, der zurückgekauft worden ist, ist eigentlich ein Signal, dass da der ein oder andere gefischt worden sein dürfte, vielleicht, so möchte ich es mal formulieren, nervös geworden ist und, äh, gegeben hat und wir dann eben durch diese starke Reaktion jetzt ein relativ klar bullisches Grundbild eben skizzieren können, was eine erst, wie gesagt, Bestätigung findet mit der Rückeroberung der 35, oder der deutlichen Push über die 35.000er Marke und dann ganz besonders eben finden würde, wenn wir die 42.000er Region eben tatsächlich zurückerobern könnten. so, das wäre soweit tatsächlich meinerseits zunächst einmal im Hinblick jetzt auf das Morning Meeting gewesen. Gibt es irgendwelche Wunschmerkte noch? Irgendetwas, was wir nicht beachtet haben oder was wir noch nicht beleuchtet haben, was wir noch gerne beleuchtet sehen wollen würdet, in irgendeiner Form, irgendein Markt, Krypto, wie auch immer geartet, also Bitcoin, gut, wir könnten auch einen Blick vielleicht nochmal kurz hier auf Ethereum werfen, da stellt sich das Bild allerdings relativ ähnlich wie auch zu Bitcoin dar, dann können wir es hier erkennen, das ist eine ganz wichtige Unterstützungsregion, die wir hier auch halten können, also das ist auch in technischer Perspektive, ist das ebenfalls ein ganz, ganz interessanter, vielleicht sogar brisanter Bereich gegen den Chance-Risiko-Verhältnis technisch, Long-Engagements ganz interessant scheinen, Stopp, wo haben wir sie, 1700, ja, 1700 bei einem aktuellen Kursniveau von 2000, 2100, roundabouts und 400 Dollar Risiko, hier sehen wir, da stehen wir kurz vor einem Bullischen Breakout, das könnte schon eine Bodenbildung sein, also die, die im Hinblick auf Bitcoin noch stattfinden müsste, ja, man könnte natürlich hierher gehen und sagen, naja, eigentlich will ich die Rückerung der 3000er Marke sehen, allerdings ist das hier schon ein sehr deutliches Signal eines Bodens auf der Stunde, wenn wir jetzt hier über 2050, 2100 Dollar eben schließen würden und hätten dann schon einen sehr, sehr interessanten Trade, den wir halten würden in Erwartung, dass es zu einem Versuch kommt, die 3000er Region eben hier zurück zu erobern, hätten dann aber schon CAV-technisch eben hier uns positioniert mit einem CAV von mindestens 2 zu 1, ja, also rein chart-technisch wie gesagt, eine sehr, sehr interessante Konstellation, die wir hier in Ethereum vorfinden, vielleicht sogar noch mal ein Stück weit technisch jedenfalls attraktiver als das, was uns Bitcoin da präsentiert. DAX nochmal, ja klar, können wir noch mal einen Blick drauf werfen. Hat sich jetzt nicht groß verändert im Laufe der letzten Minuten. Also, wie gesagt, grundsätzlich diese heftige Reaktion jetzt hier auf der Oberseite gegen die 650er Region, wo sind denn meine Linien hin? Wer sind sie? Naja, also hier oben, die 650er, 670er Region, dieser Bereich, die hatten wir als Kurszeole oder Region schon in der letzten Woche am Freitag herausgestellt gehabt. Die hat jetzt definitiv ihre Signifikanz, glaube ich, unter Beweis gestellt durch diese Reaktion heute früh, durch diesen recht harten Abprall gegen diesen Bereich. Wenn es gelingen sollte, diesen Bereich rauszunehmen, das erfordert wahrscheinlich allerdings die klare Unterstützung seitens der US-Märkte, dann wäre Ziel aktiviert um 15.800 Punkte, also Allzeithochs. Auf der Unterseite hier jetzt natürlich die Tiefs eingehend von Relevanz 15.570 sollten wir da drunter rutschen, wäre nochmal ein Test der 15.500er Region zu erwarten. Dazu hatte ich dieses Setup skizziert gehabt, wo ich sagte, man könnte das vielleicht short handeln. Problem ist allerdings, dass das CRV eher unattraktiv ist, denn ich möchte ungern den Break hier auf diese Tiefs handeln. Ich möchte eher sehen, dass diese dann auch gehalten werden. Also sprich, dass es zu einem kurzen Push da drunter kommt, dass wir dann seitlich eng konsolidieren und dann würde ich gerne die 15.500er Region anlaufen, wo sich dann aber die Frage stellt, wie eng ist diese Konsolidierung und kriege ich denn überhaupt ein attraktives Chancen-Risiko-Verhältnis. Ich, also, oder um es mal anders zu formulieren, ich möchte den DAX aktuell eigentlich wirklich ungerne traden, weil er sich Volatilitätstechnisch eigentlich nicht wirklich spannend darstellt. Die US-Equities übergeordnet, also Marketplace, Nasdaq, S&P, Querstrich Qs und SPY, aber auch IWM, also der Russell 2000, den ich gezeigt hatte, die sind auch nicht wirklich attraktiv durch eben den Umstand, dass sich der Wix weiter deutlich unterhalb von 20 Punkten stabilisiert. Der eine oder andere wird vielleicht durch den etwas überdehnten Modus zum Schluss kommen, sagen, naja, vielleicht ist eine Korrekturbewegung, wenn sie dann auch überhaupt stattfindet, in Richtung eben 4.250 Punkte im Hinblick auf den S&P denkbar, das ist allerdings eine Korrektur, ausgehend von den derzeitigen Kursniveaus von kleiner einem Prozent. Das ist vielleicht nochmal ein potenziell bärischer Treiber, der hier im DAX sich dann auch mit einer Attacke auf die 15.500er Regierung widerspiegeln könnte, aber nochmal, ich bin nicht so wirklich davon überzeugt, dass das gerade hier das attraktivste Umfeld ist, in dem sich der DAX widerspiegelt oder wiederfindet und ich glaube, tradingtechnisch sind wir hier derzeit gut bedient, eher uns zurückzunehmen und zu sagen, wir warten mal ab, in welche Richtung diese Range bricht, durch das übergeordnete Bild, eher die Longseite, allerdings ist es dafür essentiell, dass wir 650, 670 rausnehmen und dann auch die Unterstützung seitens der US-Märkte zu sehen bekommen. Wenn die ausbleibt, ist die relative Schwäche vielleicht sogar generell bei einem entsprechenden kurzen Pull in der S&P sie vielleicht sogar nochmal ein bisschen ausgeprägter, wobei ich jetzt auch noch nicht wirklich den deutlichen Push unter die 15.500er-Marke eben tatsächlich sehe. Also nicht Fisch, nicht Fleisch, könnte man auch sagen. Also nicht wirklich attraktiv, was uns der DAX hier tatsächlich präsentiert. Ich glaube, wird aktuell wirklich das Suchen nach der Nadel im Heuhaufen, also Rosinen picken, aktuell wahrscheinlich das Wichtigste überhaupt, Quartalschluss, Earnings Season erst in zwei, drei Wochen, wirklich wieder Kick-Off in den USA. Da wird es schwer, entsprechende heiße Titel vielleicht zu identifizieren. DAX sieht nicht dazu, S&P eigentlich auch nicht, Nasdaq auch nicht wirklich. Es gibt aber so die ein oder andere Memestock, die vielleicht nochmal von Interesse ist, beispielsweise eben Space, Virgin Galactic könnte ganz interessant sein, Mega-Squeeze gesehen letzte Woche am Freitag. Ich glaube, da sind wir, ja, da sind wir wahrscheinlich wesentlich besser aufgehoben und da finden wir ein wesentlich attraktiveres Umfeld, in dem wir uns dann tradingtechnisch eben wiederfinden. So, ja, dann wäre es das meinerseits eben in der Tat gewesen zum Wochenstart. Dann hoffe ich, dass ich habe euch ein bisschen dennoch eine Idee geben können, in welche Richtung es hier geht, was vielleicht von Interesse eben tatsächlich ist. Schauen wir mal, wie sich die Situation weiterhin bewiesen und Gold eben darstellt. Wie gesagt, 7,55, da würde ich dann auch schon ein bisschen hibbelig werden und das so ein bisschen skeptischer beäugen, diese relative Schwäche. Also wenn wir nicht über 1.800 gehen, dann wird es langsam Zeit für eine klare, konkrete Entscheidung, auch meinerseits Trading-technisch und ja, hat euch das Video gefallen? Lasst gerne ein Like hier, abonniert gerne den Kanal, Kommentar zu sämtlichen Märkten, auch gerne in der Chatbox unterhalb des Videos, sämtliche Fragen, an denen wir zu den Märkten auch im Hinblick auf eben beispielsweise Trading-spezifische Aspekte, die euch eventuell interessieren, weil ihr euch da über das Wochenende mit beschäftigt habt, aber sagt, wie kriege ich denn mentale Ruhe in mein Trading hinein oder wie gesagt, stellt diese gerne in der Chatbox und wir hören uns morgen wieder, Dienstag, den 29. Juni 2021, 10.30 Uhr zum Morning Meeting hier gemeinsam mit Markets, soweit man erinnert ist, also happy Trading, pass auf, bis auf, habt euch wohl, macht's gut, bis dann, tschüss.